Hey, hier ist Kamal von Baseballs. Wir zeichnen hier gerade ein Testvideo auf mit dem Sony Xperia Z. Und zwar verwenden wir die Kamera auf der Rückseite mit der Auflösung von High Definition 1920x1080 Pixel. Und wir haben aktiviert HDR-Hochkontrast und schauen uns gerade an, wie die Situation ist, wenn wir Gegenlicht haben. Nämlich so, also hinten haben wir Licht und hier oben ein Plakat und man kann es schon ganz gut erkennen. Die Bildwiedergabefrequenz ist 30 Bilder pro Sekunde und wir wechseln mal einmal das Motiv, also ein Motiv aus der Weite und gehen noch einmal runter hier zu einem Motiv, was aus der Nähe ist. Das Telefon verfügt keinen Bildstabilisator, zumindest in der jetzigen Software ist es nicht drin, aber das Bild ist doch schon sehr ruhig und man hat ein wirklich kristallklares Bild. Vom Sound her wissen wir noch nicht, wie es sich anhört, aber ihr könnt uns das einmal sagen, wie sich das anhört. Ihr könnt natürlich auch diesen HDR-Modus deaktivieren, aber nicht im laufenden Video, so wie wir es gerade hier machen. Sagt uns, wie ihr das Ganze findet. Ich sage danke fürs Zuschauen und Bilder mit dem Xperia Z aufgezeichnet findet ihr auf unserer Internetseite www.bestwords.de. Und danke! Vielen Dank!